Hallo Leute willkommen zurück zu let's play rex hit ja wie man hier unten sehen kann sind unsere gedöns ist unsere gedöns und fertig unsere pure crystals endlich wir können slacked bauen da rein So. Und dann hier hinten noch. Das waren ja gar nicht mal so wenige. Zwölf Stück. Ja, genau. Okay. Und damit wollten wir unseren AI-Controller machen. Applied. Energistics. Wo ist die Kacke? Da, Controller. Habe ich die Scheiße schon fertig gemacht? Andere Frage? Das bedeutet, wir brauchen wieder alles, also für Applied Energy. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das behalten wir uns nicht machen. Das brauche ich gerade auch nicht. Das auch nicht. Die Axt auch nicht. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche Silikon. Ich brauche dich hier. Ich habe hier auch ein bisschen mehr die Blöcke zack gemacht. Dich brauche ich auch. Okay. Ähm. Gut. Äh. Controller. Auch Redstone. Nice. Okay. Nehmen wir uns nochmal zwei Blöcke mit. Die acht lassen wir jetzt mal. Ne, die nehmen wir auch mit. Komm, wir sind nett. Meine Nase ist heute leider leicht zu. An diesem wunderschönen Donnerstag. Bei euch ist es ja Freitag. Ähm. Ich müsste jetzt auch schon bei der Abstimmung für mein neues Let's Play dabei sein können, dürfen, sollen, sein sollten. Andersrum. Und einen Redstone rein. Ich hatte es hier ein bisschen umgeschlichtet. Ne, das haben wir in der Folge gemacht. Moment mal. Hoppsa. Und wir können mal das hier machen. Endlich. Jetpack. Fertig. Nice. Okay. Wir haben das Ding hier. Und jetzt müssen wir das nur noch craften. Zum Glück haben wir hier. Ich lege. Als Jetpack. Ich muss es noch an- und ausmachen können. Das muss ich noch einstellen können. Configurations. Hier ist die Marble drin. Wieso ist denn hier Marble drin? Und. Jump. Jawohl. Eikon-Troller. Den hängen wir gleich einmal hier an, oder? Findet ihr nicht das? Jawohl. Er ist aktiv. Hat Strom. Gut. Ach jetzt. Lass mich doch hier raus. So. Als nächstes. Würde ich ja gleich mal einen Drive machen. Ja. Oh Gott. Okay. Das ist jetzt nicht so ganz schwer. Bin ich so mit... Hä? Okay. Ähm. Och nee. Das ist wieder so viel Scheiße. Okay. Ach. Kannst du mir das kurz aufmachen? Okay. Ähm. Das werde ich jetzt alles dann oben machen. Wir werden jetzt hier erst nochmal... ...schnell die Silicon Press reinhauen. Mach es. Tu es. Tu es. Okay. Oh, wie geil. Controller. Hui. Moment mal. Äh. Mein Spaß. Startbild für die nächste Folge. Mach mal gleich mal 4. Wir haben zwar nur noch zweitmal von Diamanten, aber scheiß drauf. Wir haben euch schon mal ein bisschen mehr. Ne, weh war das. Um den Mann. Und dich dann dich. Genau, ja. Und dich dann dich dann dich. So. Aber nicht gleich nochmal Engineering Processors. Dann können wir nicht gleich mal unseren Mi Drive machen. So, jetzt gehen wir hoch und machen die anderen Sachen. Und wisst ihr, dass das cool ist? Wir müssen nicht mehr so weit laufen. Hui. Wenn wir uns dann noch einen Gleiter machen und dann sind wir echt flott unterwegs. So. Okay. Driver. Wo bist du? Wo bist du? Ihr merkt schon, ich bin wieder ein bisschen mehr aufgedreht. Denn. Naja, genau. Mh. Oh Gott. Weil ich nicht in der Nacht aufnehme. Und es ist auch kein Schwein daheim. Bedeutet, ich kann laut sein. Jetzt muss ich dann nur noch schnell in den Stall und mich um mein Pferd gebannen. Do it. Do it. Ja, okay. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu sehr aufgedreht. I know. But that's me. Hello again. It's me again. Ein paar Kabel. Flux Energy. Wuhu. Mein Inventar ist schon wieder voll. Dann können wir das Holz weglegen. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich genauso wenig. Okay. Ähm. So. Eisen habe ich nicht dabei. Dann nehmen wir schnell nochmal so einen Block mit. Oder zwei Blöcke. Ja, das war wieder sehr professionell. Ich schreibe einen in eine Gruppe. Was ist Stellaris? Wie kann man nicht wissen, was Stellaris ist? Eines der geilsten Spiele zur heutigen Zeit. Wer kennt Stellaris von euch bitte nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Das mag ich unbedingt wissen. Wer von euch kennt nicht Stellaris? Das Spiel ist ja... Das Spiel geht ja ab wie sonst noch was momentan überall. Also wer das nicht kennt, ist eine arme Sau, würde ich mal sagen. Ähm. Jetzt brauchen wir gleich mal so einen ME Drive. 4K Storage. Wird mit 1K gemacht. Och ne, nicht schon wieder. Nehmen wir uns gleich mal ein bisschen Gold mit. Aber ich muss jetzt was ausprobieren. Wir tun das mal alles nach oben. Und zwar, wir nehmen jetzt mal hier ein bisschen Holz. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Eisen haben wir auch dabei. Ähm, so. Bin ja gespannt, ob es überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert, weil dann muss ich nicht so viel an dieser Maschine rumhängen. Mal einen Hopper drauf. Jetzt brauchen wir einen Goldblock. Einen Goldblock wollte ich. Nehmen nochmal auch neun von dir mit. So. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Ich tue jetzt diesen Trichter, den ich dann auf diesen Inscriber drauf setze und hoffe einfach, dass durch das Input... Durch die Input... Input-Funktion das funktioniert. So. Okay. Ähm. Du bist das. Shift. Okay. Und jetzt tun wir mal, äh... Dich rein und ich glaube, ich hab da unten... Funktioniert das? Bitte sag, dass das funktioniert. Ach, jetzt komm schon. Work, please, work. My friend. Ja, von vorne funktioniert's. Nice. Nice. So, okay. Das funktioniert schon mal sehr gut. Jetzt brauchen wir noch die Logic Press. Wo ist die? Wo hab ich die hingepackt? Hierhin, glaub ich, oder? Die Inscriber... Ne, die Logic. Hier, okay. Die sind alle durch. Nice. Jetzt tun wir die weg. Tun wir die Logic rein. Tun erst mal... Warte mal. Muss ich erst mal... Den Goldblock verwandeln. Danach hauen wir dicht durch. Ah, wie schön. Wenn langsam alles automatisiert wird. Das ist doch der schönste Moment eigentlich. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ah, wie schön. Geil ist das. So, okay. Ah, der 4K Storage. Dann brauchen wir ja so ein Bildgedöns. So eine... Wie heißt's denn? Ähm... Äh... So eine Crafting... ME Crafting Terminal. Okay, ja. Das ist jetzt noch nicht das Schlimmste. Also von daher ist es... Was? Coffting Terminal mit einem Terminal. Und dafür brauche ich das. Und dafür brauche ich sowas hier. Und... Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt nicht so gar die schwerste Sache. Ähm... Okay, und dann... Also dich brauche ich und dann wollen nochmal dich. Was ist jetzt der große Unterschied dazu? Ihr habt wahrscheinlich andere als anderes vorne, ne? Oder nicht so. Ich bin jetzt grad zu blöd, um mir das zu merken. Ja, der eine hat das Ding von, der andere hat das andere. Okay. Passt. Ähm, wie weit bist du? Nein, okay. Passt. Ähm, wir machen noch schnell ein paar von den Dingern. Wie machte ich euch? Oh, ich da. One charged, third is quartz, plus... One never quartz, plus redstone dust. Charged. Haben wir noch charged? Okay, schauen wir mal. Haben wir noch charged? Charged, okay. Ja, ich übertreibe schon wieder, ich weiß. Aber wir brauchen das. Oh, nein. Okay, dann ist halt da mein Loch. Mir jetzt auch scheißegal. So, lustig. Lustig. Ratscha. Puff. So. Muss ich das nochmal schnell zurückbringen, weil das kann ich jetzt grad echt nicht gebrauchen. Okay, jetzt haben wir 21 Flux Crystals. Wie geht's unten voran? Wir haben noch genug Redstone, okay. Können ja gleich... Ah, warte, das ist da die Kiste. Die machen wir jetzt nicht von unten auf. Hab keinen Bock da, um so hochzurennen. Ich bin zu faul. Und die Kiste ist hier. Ha. Zugriff auf meiner, äh, Internet. Okay, das funktioniert nicht mit Inscriber. Wieso nicht? Ähm. Scheiße, wo bist du? Ich würde jetzt irgendwas klicken, wo ich das brauch. Du brauchst wahrscheinlich wieder irgendeine andere Press, ne? Inscriber Engineering Press. Was habe ich drin? Inscriber Logic. Das war bei Engineering. So. Aber das kann man nachher machen. Ich ziehe einfach die Diamanten hier raus. Dich hier raus. Und jetzt brauchen wir erstmal dich, dich, dich. Weil wir wollen ja unbedingt jetzt die ersten Anschlüsse machen, damit wir dann... Ah, ich muss mich jetzt mal kurz umsetzen, weil es wird nach einer Zeit ganz schön lang gehen, wenn du die ganze Zeit vorm Rechner sitzt. So, 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 und so. Weil wir wollen jetzt ja erstmal dann so einen... Platz gedöhnt waren, weil 1K ist ja für uns... Puh! Was willst du mit 1K anfangen? Wir bauen zweimal 4K, ey! Wollen wir dann mal schon mit dem Crafting sind? Wollen wir hier zu eng? Und dann... Okay. Braucht ja... Das hier. Und das hier braucht jeweils 1 von denen hier. Okay, und dann tun wir gleich noch 1 reinhauen. Zap, zap, zap. Muss ich dann fertig machen und jetzt geht's dann mit dem Zug hier in den Stall, ein bisschen Essen kaufen und danach noch. Und dann geht es wieder auf die Heimreise heute. Und dann muss ich noch alles vorbereiten für das große Event. Event kann man es ja im Grunde schon nennen, ne? Ähm. Wo halt keiner zuschaut. Ich bin so klein, ich bin so arm. Teilt nicht. Ne, so haben wir hier auch nicht. Es ist scheißegal, ob mich jetzt jemand gut findet oder schlecht findet. Ich mach das hier rein aus Spaß. Und wenn mir jemand meinen Spaß klaut, ist er halt ein Arschloch. Ähm. Was hat jetzt nicht gereicht? Weil ich brauch hier dreimal eine 1K, um eine 4K zu machen. Ah, Redstone. Ähm. Aber ich muss jetzt dann nochmal schnell die anderen machen. Die aus den Dingern hier. War eure Nase auch schon mal so schlimm zu? Und auch so unerwartet vor allem. Das ist immer das Schlimmste eigentlich, finde ich. Und es gab eine Calculation. Alter, man braucht wirklich alles, um hier auch nur einen Schritt voranzukommen. Und so kann man eine Calculation dabei. So. Calculation. Äh, bitte was? Wieso geht denn das jetzt nicht? Dich da und dich? Muss ich mit einem Pure... Nee, okay. Wir machen erst 1K. Oh Gott. Oh, das regnet schon wieder auf. Dann machen wir halt 1K-Einheiten. Ja, geil. Ja, geil. Dafür brauche ich noch Sörtel-Squartz-Glas. Ah, leckt mich doch alle fett am... Stüssel, man Nessel. Hey, wo kommt ihr hierher? Achso, hier sind die 1K-Einheiten. Das schaut im Inventar so ganz anders aus. Ähm. Never quality. Ich brauche mir noch ein bisschen. Was haben denn die alle für Probleme? Warum schreiben die so viele Leute? Ähm. Ich überziehe schon wieder maßlos. Okay. Hä? Das hängt, oder? Nee. Okay. So. Das müsste ich ja im Grunde dann die machen können, oder? Die 1K-Einheiten. Genau, zwei Stück. Kann ich noch eine 1K-Einheit sogar produzieren? Okay, aber jetzt kann man die unten schon mal einbauen. Brauchen wir ja echt diesen langen Umweg. Ich kann da echt direkt hoch, ne? So, und jetzt kann ich die hier in... Ach, hier habe ich das Ding noch nicht mal angeschlossen. Hä? So, okay. An. Und dran. Die laufen. Gut. So. Muss ich hier noch wieder durch die Tür durch. Weil, Leute, das war es auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja... Drückt den Daumen nach oben. Macht den Daumen kaputt. Drückt ihn nach oben. Und, ähm... Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssi. Ciao. Tschuuu. Ja. Ciao. Tschüssi. Wu. Tschüssi. Wisstenskk